Cookies. Fallen die unter die DSGVO? Ja oder nein? Ja, fallen Cookies unter die DSGVO? Gute Frage. Ich habe wie in jeder guten Kochsendung schon mal was vorbereitet. Und zwar haben wir hier unser Cookie und wir kommen immer durcheinander mit zwei Gesetzeswerken, nämlich einmal der ePrivacy-Richtlinie oder Verordnung und der DSGVO. Und wenn wir es uns einfach mal ganz einfach anschauen, fallen Cookies erst mal, wenn sie abgelegt werden auf dem Computer unter die ePrivacy, heute die Richtlinie. Wir haben auch schon einen Entwurf einer Verordnung. Und wenn aber die Daten, die dann von dem Cookie gesammelt werden, verarbeitet werden, analysiert werden, genutzt werden, dann sind wir in der DSGVO. Deswegen die Antwort ja, Cookies fallen unter die DSGVO. Okay, aber ich kann mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie dieser kleine Cookie in meinem Browser Personenbezug herstellt. Aber wenn Cookies unter die DSGVO fallen, müssten sie ja personenbezogene Daten sein. Nach der DSGVO sind personenbezogene Daten solche Informationen, die eine natürliche Person identifizieren oder identifizierbar machen. Das ist richtig so ein Cookie. Da steckt natürlich normalerweise nicht deine E-Mail-Adresse oder dein Name oder deine Adresse drin. Aber jedes Cookie hat eine sogenannte Cookie-ID. Das ist eine kleine Kennung, mit der du dann immer wieder erkannt wirst. Und das reicht dafür aus, um Personenbezug herzustellen. Man nennt es ein sogenanntes Pseudonym. Die Nummer steht für den User XY. Und irgendjemand auf der Welt kann theoretisch dann auch herstellen, welche natürliche Person genau hinter diesem Datum steckt. Also wir haben bei jedem Cookie mit der Cookie-ID personenbezogene Daten. Dazu kommen weitere Daten, wann du irgendwo gesurft bist oder vielleicht auch deine IP-Adresse. Diese Daten werden dann sozusagen in diesem gesamten Sack auch personenbezogene Daten.